Smombi Opa Günther will wissen, was Smombi bedeutet, weil er dieses seltsame Wort sehr oft gehört hat. Da sein Enkel am Wochenende kommt und sicher weiß, was das Wort bedeutet, freut sich Opa Günther auf eine Erklärung. Als Alexander am Wochenende kam, wurde er von seinem Opa mit Fragen bombardiert. Das Wort Smombi wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Einmal aus dem Wort Smartphone und einmal aus dem Wort Zombie. Leute, die die ganze Zeit auf ihr Handy gucken, achten meist nicht auf den Verkehr. Zudem kommt es dazu, dass sie schnell Ampeln übersehen. Und so kommt es meist sehr, sehr schnell zu Unfällen. Deshalb sollte man auf die Umgebung achten. In Köln und Augsburg wurden Gegenwärtsnahmen eingeführt. An Straßenübergängen wurden Bodenampeln in den Boden eingelassen. Oder Warnschilder aufgestellt. In China wurden sogar extra Gehwege für Handysüchtige angefertigt. Danke für die Erklärung, sagte Opa Günther. Kein Ding, immer wieder gerne. Ich mache mich jetzt mal wieder auf den Weg, antwortete Alexander. Das war unser Erklärfilm. Achtet immer auf eure Umgebung. Ihr wollt ja sicher nicht nur zu Mombi werden. Was ist 2020 der Umgebung. Wir sehen uns wieder an. Wat ist passieren, sind wir dualibe? Für andere Beisp impossible? Wir brauchen dispatche und andere nachher Dir waves.